moin ganz kurz das ist ein kleiner test und zu schauen wie viele abonnenten tot sich richtig komisch hat wie viele tote abonnenten kanäle es gibt denn ich habe twitter kanal eröffnet und twitter ab und zu dieser kanal bleibt ein bisschen außen vor jetzt wird ich glaube das letzte videos vor vier jahren keine ahnung leider nicht mehr viel gemacht aber wenn ihr mal bequeme gemütliche unterhaltung haben wollt mit ein paar games mitreden wollt auf mitglieder werden wollt meines kleines torfies dorf ist dann könnt ihr gerne hinzuschreiten könnt ihr verloren und ein teil der familie werden exakt